hey kinder und herzlich willkommen zu einer weiteren folge let's play und zwar diesmal age of empire 2 die hd-version und einfach nur damit ihr die geschichte noch so mitbekommt dieses alte spiel hier unten seht ihr es 1997 kam es erstmals raus und es war ich glaube der vorgänger war er so meilenstein im grunde aber es ist nach wie vor eines der besten und ausgeglichensten spiele die es jemals gab und bisher kam auch kein weiterer kein weiteres spiel jemals so gut daran wir machen tatsächlich auch das intro einfach nur damit die die geschichte william wallace so mitbekommt wir werden die ersten vier direkt machen vielleicht auch die ersten fünf mal gucken damit das relativ schnell durchgeht weil die ersten die sind extrem auf empires 2 handelt vom aufbau von imperien von schlachten und eroberungen sie beginnen ganz bescheiden mit einem kleinen dorf in der dunklen zeit sie erkunden das land um ihre grenzen auszudehnen sie treiben handel damit ihre wirtschaft blüht und entwickeln technologien um ihr volk in ein mächtiges imperium zu verwandeln doch der weg ist nicht immer leicht skrupellose feinde und rivalen treten ihnen entgegen uneinnehmbare festungen müssen zerstört tyrannen zu fall gebracht werden und mit geschick und ein wenig glück gelingt es ihnen vielleicht sogar ein weltwunder zu erschaffen und ein imperium zu errichten dass die zeiten über dauert wenn sie lernen möchten wie imperien erschaffen werden unterstützen sie unseren ersten helden william wallace bei seinem aufstieg von den bescheidenen anfängen an wir sind ohne anführer weil der verstorbene könig von schottland keinen thronfolger hinterlassen hat von süden her kündigt sich ein krieg an edward der erste longshanks der habgierige könig englands ist inzwischen von seinen erfolgreichen feldzugen zur eroberung von wales und frankreich zurückgekehrt als longshanks seine aufmerksamkeit aus schottland richtet verbreitet sich im schottischen hochland furcht und schrecken die engländer verfügen über tausende von verliesischen langbogen schützen hunderte von berittenen rittern und dutzende von belagerungswaffen wir schotten haben nur eine bande unausgebildete soldaten die noch nicht einmal in einer geraden reihe marschieren können wir müssen jetzt schnell handeln wenn wir überhaupt eine chance zum widerstand haben dann nur wenn wir mit allen uns zur verfügung stehenden mitteln ein heer ausstellen die engländer terrorisieren ganz schottland und es ist an der zeit zurückzuschlagen aber wenn wir sie besiegen wollen muss jeder von uns lernen zu marschieren und zu kämpfen folgen sie dem weg bis zur blauen flagge klicken sie zuerst auf den soldaten gut rechts klicken sie jetzt neben die blaue flagge gut begeben sie sich jetzt zur nächsten flagge klicken sie auf den soldaten und rechts klicken sie dann neben die flagge ausgezeichnet um zur nächsten flagge zu gelangen müssen sie durch das schwarze gebiet marschieren nein sie sich in das schwarze gebiet hinein bewegen wird mehr von der landkarte aufgedeckt der schwarze bereich steht für nicht erkundetes territorium das ist schon alles gehen sie jetzt zur nächsten flagge und sie werden auf ein paar verbündete soldaten treffen wenn sie alle ihre soldaten auf einmal bewegen möchten können sie neben die einheiten klicken und durch halten der maustaste einen rahmen um sie herum ziehen rechts klicken sie dann um die einheiten zu bewegen versuchen sie die soldaten zur nächsten flagge zu haben sie alle ihre einheiten bis zur flagge geschafft die straße vor ihnen wird von einem englischen außen posten kontrollieren scrollen dies zum außen posten indem sie den mauszeiger an den oberen bildschirmwand bewegen klicken sie dann auf den roten außen klicken sie auf den außen posten um ihn anzugreifen der außen posten ist zerstört das sollte die englischen angreifer aufhalten folgen sie dem weg zum dorf also so ein spähturm willkommen zu hause ist schon sehr aggressiv warten sie die engländer sind wütend weil sie ihren außen posten zerstört haben mein gott sie kommen um ihr dorf anzugreifen nur keine panik klicken sie nur auf ihre soldaten und rechts klicken sie dann auf die roten englischen soldaten um diese anzugreifen wenn sie die feindlichen soldaten besiegen haben sie ihre erste schlacht gewonnen gut gemacht jetzt wissen sie wie sie gegen das englische herr ankämpfen können schottland verfügt nun über soldaten wenn es auch nur wenige sind wollen wir jedoch dem hauptgierigen eduard dem ersten entgegentreten so brauchen wir wesentlich mehr rekruten und auch viel mehr gold in unseren truen die alten steine und eichen die uns umgeben werden schon bald vom blut der klanzmänner getränkt sein ja ist nicht so schlimm mit vollem magen marschiert sich besser so oder ähnlich lautet ein altes sprichwort meine klanzmänner sind schon immer bauern gewesen und haben seit jahrhunderten schafe gezüchtet es ist jedoch etwas ganz anderes ein herr mit profi an zu versorgen ohne einen funktionierenden handel werden die kümmerlichen streitkräfte die wir zusammen gewürfelt haben bald wieder auseinander brechen so um das schottische herr unterstützen zu können müssen sie ihre vorräte an rohstoffen ausstocken um gewinnen zu können müssen sie 50 nahrungseinheiten 50 holseinheiten und 50 goldeinheiten klicken sie auf einen dorfbewohner um nahrung von einem bärenstrauch zu ernten nichts klicken sie dann auf einen bärenstrauch in der nähe der blauen flagge im statusfeld im unteren teil des bildschirms können sie erkennen wie viel nahrung der dorfbewohner trägt der dorfbewohner sammelt solange nahrung von einem bärenbusch bis er zehn nahrungseinheiten hat der dorfbewohner wird für sie weiter arbeiten und die nahrung in das dorfzentrum transportieren die nahrungsmenge über die sie verfügen wird in der oberen linken bildschirmecke angezeigt zusätzlich zu ihrem nahrungsvorrat sehen sie ihren derzeitigen vorraten holz gold und steinen wunderschön je mehr dorfbewohner sie haben desto schneller können sie rohstoffe sammeln weisen sie ihre dorfbewohner an nahrung zusammen dann geht doch dahin drei leute bräuchte und er hat eine lange gedenkpause großartig sie haben jetzt 50 nahrungseinheiten zum gewinnen brauchen sie außerdem 50 holz und 50 gold einleiten sehr gut sie haben gold gefunden klicken sie zuerst auf einen dorfbewohner und rechts klicken sie dann auf einen baum um holz zu sammeln ich will jetzt erstmal das gold holen du gehst mir schon mal an den baum zack du gehst mir auch an den baum es sind ja nur 50 einheiten die wir jeweils brauchen zack du gehst mir den baum bis der da ist es schon die erste person wenn sie bisher noch kein gold gefunden haben dann suchen sie in dem gebiet das sie noch nicht erkundet haben oh komm wo hast du jetzt seine 40 gold hingetaten sehr gut sie haben gold gefunden gut gemacht sie haben jetzt genug holz ich habe eigentlich auch genügend gold und wie hat er das verloren ist ihm einfach runter gefallen ja oder du bist hier hand zum glück ne wenn die gold barren das ist der richtige weg um eine stadt zu bauen sehr gut sie haben jetzt genug gold so direkt weiter in allen dörfern im hochland sind die menschen über die auseinandersetzung inzwischen schottland und england entsetzt diese woche haben wir die stadt an bar verloren die schottischen verteidiger lösten die reihen auf und flohen die engländer haben eine größere und besser ausgebildete truppe um mit ihnen mithalten zu können brauchen wir neue rekruten die mit speer schwert und bogen kämpfen können wir müssen alle unsere schäfer zu soldaten machen so sieht es aus dann machen wir die mal zu soldaten was bei age of empire echt wichtig ist wir brauchen viele soldaten um unser heimatland zu verteidigen um zu gewinnen müssen sie vier miliz soldaten erschaffen wir beginnen damit dorfbewohner zu erschaffen klicken sie auf ihr dorfzentrum und klicken sie dann auf die schaltfläche dorfbewohner erschaffen im unteren linken bildschirmteil es dauert ein wenig bis der dorfbewohner erscheint haben sie ein dorfzentrum ausgewählt können sie den vorgang im statusfeld im unteren bildschirmteil verfolgen gut gemacht der dorfbewohner erscheint in der nähe des dorfzentrums erschaffen sie jetzt einen weiteren dorfbewohner sie brauchen nun weitere gebäude um platz für ihre bevölkerung zu schaffen klicken sie auf einen dorfbewohner um ein haus zu richten klicken sie auf die schaltfläche gebäude klicken sie auf die schaltfläche haus bauen und dann auf die stelle an der sie das haus errichten wollen gute arbeit versuchen sie ein weiteres haus zu errichten wenn mehrere dorfbewohner ein gebäude errichten geht es schneller voran jedes haus kann bis zu fünf einheiten beherbergen die bevölkerungsanzeige im oberen teil des bildschirms gibt ihnen die aktuelle bevölkerung zandere gebäude werden genauso gebaut wie häuser versuchen sie eine kaserne zu richten die kaserne ist ein militärgebäude na auch so ne schreck sekunde ne die kaserne die wohnen wir hier bravo therefore Albigier ne Also wie gesagt, Shortcuts sind echt wichtig, Haar ist halt immer die Hauptbasis, wenn du mehrere hast, kannst du glaube ich mit jedem weiteren Haar drücken durchhalten. Es ist wichtig, dass immer ein Dorfbewohner am Bauen ist oder du befindest dich dabei. Die Kaserne ist fertig. Jetzt können sie Soldaten erschaffen. Klicken sie auf die Kaserne und dann auf die Schaltfläche Milizsoldat erschaffen. Je nachdem, welche Gebäude oder Einheiten sie auswählen, haben sie im unteren linken Bildschirmteil verschiedene Auswahlmöglichkeiten. Vier Milizsoldaten wollen wir halt ausbilden. Das ist eine Milizsoldat-Einheit. Erschaffen sie drei weitere davon und sie haben genug Soldaten, um dieses Gebiet zu verteidigen und das Szenario zu gewinnen. Klicken sie auf die Kaserne und dann noch dreimal schnell auf die Schaltfläche Milizsoldat erschaffen, um drei weitere Soldaten in einer Reihe entstehen zu lassen. Sie verfügen jetzt über einige Soldaten und sind im Stande das Gebiet gegen die Engländer in einer Reihe zu verteidigen. Oh. Achso, das war's. Wir sind immer fröhlich weitermachen. Ja, hier wäre auch keine weitere Nahrung gewesen, ne? Oder? Ja. Ja. Wir sind noch mit seinen berüchtigten Langbürgern auf. Unsere Milizsoldaten konnten uns nur bis hierher bringen. Jetzt brauchen wir besser entwickelte Waffen. Forschung und Technologie. Im Süden gehen Gerüchte über einen Riesen um, der die Streitkräfte Schottlands anführt und dessen Großschwert Land, Männer und Tiere gleichermaßen beherrscht. Wenn dieser sagenumwobene Ritter den Vorschub der Engländer aufhalten kann, gewinnen wir mehr Zeit, um notwendige Waffen zu entwickeln. Schon jetzt stellen unsere Schmiede Schwerter her und unsere Pfeilmacher produzieren Pfeile und Armbrustpulzen. Los geht's, komm. Zack. Die Engländer verwenden sehr weit entwickelte Waffen und Rüstungen. Um zu gewinnen, müssen sie zur Feudalzeit voranschreiten und die englischen Angriffe abwehren. Sie müssen nun selbst einige Technologien entwickeln, damit ihr Volkern Stärke gewinnt. Zum Beispiel wird es durch die Entwicklung des Webstuhls schwieriger, ihre Dorfbewohner zu töten. Wenn sie den Webstuhl entwickeln wollen, dann klicken sie auf das Dorfzentrum und schließlich auf die Schallfläche Webstuhl entwickeln. Ich will den Webstuhl noch nicht machen. Das ist eine der Aufgaben leider. Scheint mir so. Er hat keinen Shortcut. Gut. Technologien entwickeln kostet zwar Rohstoffe, wertet aber auch Erfolg auf. Während sie Technologien entwickeln, können sie die Dorfbewohner arbeiten lassen und mit den Militäreinheiten das Gelände erkunden. Das kann man auch mal heben. Das ist vielleichteste. Das ist ein Spiel. Das ist wirklich sehr wichtig. Aktion? Du hast du für deine Geist. Bei dir. Ich will den Blödsinn unter und baut. Du hast keine Einheiten verwenden! Hast du auch nichts gewonnen, die Leiden schafft. Direkt dafür sorgen Wenn Sie zu einem neuen Zeitalter voranschreiten Sind neue Technologien und Gebäude verfügbar Wenn Sie aus der dunklen Zeit zur Feudalzeit voranschreiten möchten Brauchen Sie 500 Nahrungseinheiten Jetzt verfügen Sie über genug Nahrung Um zur Feudalzeit vorzurücken Aber Sie brauchen noch zwei Gebäude aus dem aktuellen Zeitalter Das klaut ja gut Sie befinden sich auf dem Weg in die Feudalzeit Eine Kaserne haben Sie bereits gebaut Und daher müssen Ihre Dorfbewohner nun eine Mühle errichten Die Mühle ist ein Ort, an dem Nahrung gesammelt wird Und daher sollten Sie sie in der Nähe Ihrer Nahrungsquelle bauen Sie können jetzt aus der dunklen Zeit zur Feudalzeit voranschreiten Klicken Sie auf Ihr Dorfzentrum Und klicken Sie dann auf die Schaltfläche zum nächsten Zeitalter voranschreiten Das klaut ja gut Sie befinden sich auf dem Weg in die Feudalzeit Zusätzlich zum Sammeln von Nahrung von den Bärensträuchern Können die Dorfbewohner jetzt Schafe hütten oder Wild jagen An die Waffen! Die Engländer planen einen Überraschungsangriff Jetzt, da die Schlacht vorüber ist Sollten Sie in der Kaserne ein paar Militzsoldateinheiten mehr erschaffen Um Ihre Streitkräfte auch zu stocken Keine Nahrung mehr Aber wie viel brauche ich denn dafür? 8,60 Nahrung Zack Glückwunsch! Der beste Weg, Ihr Volk aufzuwerten, ist es, zum nächsten Zeitalter voranzuschreiten Neben der raupenförmigen Landkarte im unteren rechten Bildschirmteil befindet sich die Schaltfläche Untätige Dorfbewohner Klicken Sie darauf, wenn Sie die Dorfbewohner ausmachen wollen, die keine Aufgabe aus Jetzt, da Sie sich in der Feudalzeit befinden, können Sie Ihre Militzsoldaten zu Schwertkämpfern weiterentwickeln Klicken Sie auf die Kaserne und klicken Sie dann auf zum Schwertkämpfer weiterentwickeln Können wir gleich machen Eine Miliz, äh, brauchen wir noch 175 Nahrung, warte mal, wir sind gerade gucken 100 Nahrung Durch die weitere Entwicklung zu Schwertkämpfern werden alle Ihre Militzsoldateneinheiten zu den mächtigeren Schwertkämpfern So Du willst mich verarschen? Du sollst es nicht angreifen? Die Engländer greifen wieder an Erteilen Sie ihnen mit Ihren neuen Kriegern eine Lektion Die Engländer sind für ihre Krieger keine ebenbürtigen Gegner So, das liegt schnell alles, ne? Longshanks ist in die Stadt Perth eingefallen Hat sie erstürmt und geplündert Schlimmer noch Er hat sogar den legendären Stone of Skyn geraubt und sich selbst zum König von Schottland erklärt Wenn wir nicht bald auf dem Schlachtfeld einen Sieger bringen Werden die schottischen Heere demoralisiert sein Und den Kampf überhaupt nicht mehr aufnehmen wollen Sollte es den sagenunwogenen schottischen Riesen wirklich geben Dann wünschte ich, er würde mit seinen Streitkräften nach Stirling ziehen Wo wir demnächst kämpfen werden Okay Dann würde ich sagen Die Zeit der Klassgefechte ist nun vorbei Wir bereiten uns auf einen echten Krieg vor Der Schurke Longshanks steht bereit Um den Fluss Forth zu überqueren Und die Stadt Stirling mit einem Heer aus bewaffneten Männern Schwerer Kavalerie und einer Vielzahl von Bogenschützen zu bedrohen Unser neu aufgestelltes Heer marschiert in Richtung Süden Dort will es einen eigenen Stützpunkt gerichten Und die Engländer angreifen Bevor diese marschbereit sind Okay Besiegen sie das englische Heer und zerstören sie dessen Tor Dieses Szenario beginnt ähnlich wie Zufallskartenspiele Nachdem sie dieses Szenario gefehlt haben Sollten sie alles kennen, was sie für ein Zufallskartenspiel brauchen Immer schön weiter erkunden Ja, du sagst das bereits Es wird Zeit, eine Offensive zu starten Die Engländer haben in der Nähe der Stadt Stirling eine Militärstellung Wenn wir die Engländer hier besiegen können Überlegen sie sich ihren Übergriff aus Schottland vielleicht noch ein Um zu gewinnen Müssen sie den englischen Turm im Westen zerstören Berittene Speher sind zwar schlechte Kämpfer, können aber sehr weit sehen Mit Hilfe der berittenen Speher können sie den restlichen Teil der Landkarte erkunden und die Engländer auch spüren Bevor wir die Engländer im Westen angreifen können Müssen wir unsere Streitkräfte ausstocken Lassen sie ihre Dorfbewohner Nahrung und Holz sammeln Erschaffen sie weiterhin Dorfbewohner in ihrem Dorfzentrum Bis sie insgesamt zehn davon haben Je mehr Dorfbewohner sie haben, desto schneller werden ihre Rohstoffe anwachst Sie sind auf ein paar Schafe geschlossen Schafe sind eine gute Nahrungsquelle Schicken sie also die Schafe zurück in ihr Dorfzentrum und weisen sie einen Dorfbewohner an, sie zur Nahrung zu verarbeiten Sie können einen Ort bestimmen, wo sich neue Einheiten sammeln sollen Indem sie einen Sammelpunkt setzen Bei Dorfbewohnern müssen sie auf das Dorfzentrum und dann auf die Schaltfläche Sammelpunkt setzen Bauen sie mit Hilfe ihrer Dorfbewohner eine Mühle in der Nähe der Bärensträucher Ich habe ja eben auf der Karte gesehen, dass es links sein muss Das Baumenü ist im Grunde auch gar nicht so schwer zu erklären Das hier ist immer ASD, bla 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 Wenn man das ausgewählt hat, ist es immer QB, E, R und T Das ist im Grunde ziemlich easy So Es wird so lange weiter Äh Dorfbewohner erschaffen Bis äh Von den Nahrungen Dass er so ist Dass sie das so schnell sammeln Ähm Dass wir bei 400 Nahrung sind Äh ne, 500 Nahrung sind Und ähm Okay Keine, keine Faulisse Der einzige Zugang zu ihrem Dorf Wird durch den Hügel mit dem abgestorbenen Baum geschützt Es wäre vernünftig, dort einen Wachturm zu richten Wenn sie erst einmal zur Feudalzeit vorangeschritten sind Oh, die Dorfbewohner brauchen wir jetzt nicht, äh Das Ding erforschen, das ist einfach Schwachsinn Äh, äh, du baust mir grad mal noch n'hoch Und dann machen wir den Eingang nach vorne dicht Bis auf eine kleine Ein kleinschmalen Pfad Na, guck mal an, da sind noch zwei Schafe Dann setzen wir mal hier hinten hin wieder Äh Das ist nix Ähm, zack Dann können wir wieder zu ihr hin Oh, ihr seid aber langsam am Sammel So, da haben wir einen Spähturm Sie befinden sich in der Nähe des englischen Stützpunktes Reißen sie deren Befestigungen aber erst dann nieder Wenn ihr hier etwa zwölf Mann stark ist Oh, Junge, Junge, Junge Ihr müsst echt mal ein bisschen schneller, äh, Essen sammeln, wenn ihr das ja Unter aller Würde Einmal geht man da auch, ähm, auf Rehe In dem Skirmish, äh, Matchup sind nämlich immer Rehe in der Nähe Und mit einem, äh, Dorfbewohner, äh, da erforscht man auch, äh, das mit dem Leben Ähm, ganz einfach Weil man da, äh, äh, dann dafür sorgen kann Dass man ein Wildschwein holt Was sehr viel Nahrung bringt Und dazu muss man das Wildschwein aber, äh, erstmal anlocken Weil das Wildschwein das meistens ein bisschen weiter entfernt Und dann, äh, äh, die Weltfee So, du baust mir mal da oben eine Bühne Und, äh, du baust mir mal Ist jetzt auch in das Falsche geklickt Dort in deinem Haus Während du hier noch ein bisschen rumbreitest Wir brauchen, wie viel nochmal? 500 Nahrung, ne? Okay Sie können mehr Nahrung sammeln Wenn sie Fischkuter bauen Um Fischerkuter zu bauen Müssen sie einen Hafen in den Gewässern im Süden anlegen So, du Brauchst mir mal noch ein Haus Bravo, ja So, wo ist er hier? So, dann baust du mir mal Da hinten ein Holzfällerlager Dann haben wir hier soweit alles erforscht Ich gebe hier noch da auf Nahrungssuche Und ich habe vergessen Hier auch Ach, Dings Weil das stehen dürfte ich, äh, Stufe 2 werden können Wenn ihr da oben die Rehe fertig habt Werdet ihr alle Holz abbauen Ach, du Scheiße Die Engländer greifen wieder an Um ihre Dorfbewohner zu schützen Können sie diese mit Hilfe der Dorfglocke In ihr Dorfzentrum einquartieren Klicken sie auf ihr Dorfzentrum Und klicken sie dann auf Dorfglocke Gut, Sie haben den englischen Angriff abgewehrt Wenn sich in ihrem Dorfzentrum Dorfbewohner befinden Dann lassen Sie die Dorfglocke noch einmal läuten Und schicken Sie sie zurück an ihre Arbeit 2390 habe ich noch Ich habe 10 HP verloren So Du baust das da hin Alle weiteren Dorfbewohner gehen jetzt Jetzt, dass sie sich in der Feudalzeit befinden Sollten sie in erster Linie einige Soldaten erschaffen Um den Feind bekämpfen zu können Sie brauchen mindestens 12 davon Ach guck mal, wir haben genauso viele Häuser wie wir dafür brauchen Und baust da mal Ach scheiße, hier kann man durch, ja? Na, ist egal Na gut Dann das noch grad entwickeln So, dann Hau mal rein Dann hau mal rein Ich brauche nämlich jede Menge davon Hier auch Alle dahin Holz abbauen Vergessen Sie nicht Die Landkarte weiter zu erkunden Ich habe die Landkarte im Grunde schon komplett erkunden So, hier geht jetzt mal hoch Was soll ich da großartig sagen, ey? Oh Zack Ich genüge Tolls Wie viel brauche ich denn? 150 Na, da haben wir doch genug Was bauen wir da? Nahrung und Guld Na, Nahrung und Guld haben wir ja Dann können wir ja, äh, bauen, ne? Was ist das auch? Ja, ja Kicken Sie jetzt auf den Hafen Und bauen Sie einen Fischcooter Fünf, wir haben da auch fünf Perfekt Denken Sie daran Sie können in der Kaserne Ihren Milit-Soldaten zu Schwertkämpfen weiterentwickeln Sie sollten Soldaten immer weiterentwickeln Wenn sie es sich leisten können So, Holzfälle haben wir genügend Ah, da Äh, dann bauen wir dort Ist das wieder A? Ja Klicken Sie auf einen Fischcooter Und rechts klicken Sie dann auf einen springenden Fisch Um zu fischen Der Fischcooter wird selbsttätig Fische fangen Und sie dann zum Hafen bringen Fischcooter sind auch für Entdeckungsreisen zu gebrauchen Oh Gott, Entdeckungsreisen Bauen Sie eine Kaserne Und erschaffen Sie fünf Milit-Soldaten Um Ihre Dorfbewohner verteidigen Und die Landkarte erkunden zu können Da oben will ich einfach mal ein paar Leute sammeln Holzfäller Dorfbewohner können auch Felder anlegen Legen Sie vier Felder in der Nähe Ihrer Mühle an Wenn Ihre Bärensträufe abgeerntet sind Auf jedem Feld braucht nur ein Dorfbewohner zu arbeiten Das ist der 3, 4, 5, 6, 7 8, 9, 10 So, hier brauchen wir auch nochmal zwei Dort noch zwei Das können wir in die Beier forschen Das ist gut Ach 6, 7, 8, 9, 10 Das können wir da oben hin Ja, dann müssen wir gerade tatsächlich warten Wir haben echt jede Menge Holz Wir haben mal gesorgt Oh, jetzt haben wir ja auch Bogenschützen, ne? Das wär mal nice Jetzt bauen wir danach Daten Gut Ihr Warturm wird auf feindliche Einheiten schießen Und Ihnen dabei helfen, ihr Dorf zu beschützen Ja Oh, fuck Da hätten wir eigentlich, äh Ist das da ein bisschen ersparen können? Alles egal, der ist gleich fertig Und dann, äh Bauen wir da weiter Brabouhier 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 Klänkler sind gut gegen Bogenschützen. Ihr geht da hin, ihr geht da hin. So, noch da hin. Sie haben jetzt genug Streitkräfte, um den englischen Stützpunkt angreifen zu können. Attacke! Lassen Sie Ihre Dorfbewohner weiter arbeiten, nur für den Fall, dass Sie Verluste erleiden und mehr Streitkräfte erschaffen. Denken Sie daran, Waffen und Rüstungen in der Schmiede weiterzuentwickeln. Sie haben doch eine Schmiede, oder? So, da noch hin. So, ihr baut mir zwei Felder. So, da wird noch einer dafür benötigt. So, zehn Leute brauchen wir fürs Gold. So, dann können wir mal auch updaten. So, dann kriegen wir nochmal mehr Holz. So, dann kriegen wir nochmal mehr Holz. So, baut mir mal da ein Lager auf. Du brauchst mir mal noch ein paar weitere. Vergessen Sie nicht, die Landkarte weiter zu erkunden. Ich hab' die schon komplett erkundet, Mann. Ich hab' die schon komplett erkundet, Mann. Was willst du denn noch mehr? Ja. Na klar. Haben wir doch noch was. So. Komm mal, äh. Vielleicht sind wir wieder am Maximum angekommen. So. Na, brauche ich hier. Baut du mal weiter schön leiser. Und hier... macht man das. K K K ganz viele Felder ruhig Prozent im Auftrag geht es und nicht genügend Robo hier genügend Soldaten Prozent genügend Holz so K K K Robo K K K Gehst du mal da hin Da noch zwei Steine brauchen wir nicht allzu viel Mit vier Tau Davon fünf Davon können wir noch gar nicht so viel brauchen Davon können wir noch gar nicht so viel brauchen Davon können wir noch gar nicht so viel brauchen Wo ist er denn? Boah Haben wir da noch was? 1, 2, 3, 4 Ach, wir können da nicht so viel bauen. Ah, okay. Na gut, dann müssen wir es halt machen. Und da noch Sichtweitenbonus. Ich kann hier nur 75 Leute ausbilden, ey. Das wäre mal krass. Okay. Ach, da ist die Schmiede, ey. Brabo, boi. Oh, hier ist die Schmiede, um abholzen. Oh, hier ist die Schmiede. Oh, hier ist die Mauer rein. Und jetzt, komm. Komm. So. Netze sie nieder. macht sie nieder so den Turm schleifen so so was kann der denn noch schönes bauen sehr gut sie haben das englische lager zerstört jetzt ist wohl klar dass die schlacht bei sterling mit einem sieg für die schotten enden wird saubere arbeit sie haben die englischen soldaten ausgeschaltet zerstören sie jetzt den Turm und ihr sieg ist komplett jetzt wissen sie wie sie das land bebauen innerhalb der zeitalter voran schreiten und ihre feinde ausmachen und bekämpfen können sie haben also die notwendigen grundlagen um ein zufallskarten spiel zu versuchen die schlacht bei sterling war unsere erste große sieg gerade als wir unsere positionen der küste gefestigt hatten erreichte uns die nachricht dass die stilling brücke verteidigt worden war und zwar von einem schottischen herr angeführt von dem mysteriösen und sagenumwobenen ritter jetzt kennen wir auch seinen namen zu william wallace der bezwingende engländer edward der erste nennt wallace einen verräter und verbrecher so william entgegnet dass er kein verräter sein kann weil er nie einem englischen könig den lehnseit geleistet hat mit william wallace als anführer kämpfen die männer nun mit neuer energie vielleicht ist unsere pechsträhne damit beendet vielleicht wir werden sehen so und beim nächsten mal machen wir hier die zwei und dann geht es um erste richtige missionen und dann nehmen wir auch jede mission einzeln auf also bis dahin bis zum nächsten mal